Was ist der Platz in der zweiten Halbzeit? Und haben dann auch unsere Chancen genutzt. Die erste Halbzeit haben wir, finde ich, meiner Meinung nach überall gespielt. Und dass ich das 1-0 mache, bin ich einfach überglücklich drüber. Und dann die zweite Halbzeit haben wir gemerkt, dass die Kondition gefehlt hat. Das Ding ist einfach, wir haben jetzt echt mal eine starke Teamleistung abgeliefert, was wir vielleicht in der Rückrunde ein bisschen versäumt haben. In der Hinrunde waren wir ein Punkt auf Platz 1 und dann sind wir gut abgefallen. Das hat noch ein paar disziplinarische Gründe, aber das kriegen wir dieses Jahr in den Griff. Und ansonsten natürlich eine Ehring in Hertha zu spielen. Und ja, wir werden schauen, dass wir das mitnehmen können in die Hinrunde und dann vielleicht im Aufstieg mitspielen können. Ich glaube, Hertha war auch ein bisschen begeistert von der ersten Halbzeit. Die waren sehr verblüfft, glaube ich, nach drei Minuten 1-0, stark rausgespielt. Was unsere Stärken sind eigentlich über der Außen, letzte Saison bewiesen. Und wie gesagt, am Anfang eine Wahnsinns-Teamleistung. Wir sind hierher gefahren, wir haben frei rausgespielt. Wir hatten ja nichts zu verlieren. Und ich muss auch sagen, ich bin stolz auf meine Mannschaft. Echt sehr stark, sehr stark. Ja, die zweite Halbzeit war dann ein bisschen einfacher, weil sie dann konditionell auch ein bisschen nachgelassen haben. Aber insgesamt muss man sagen, dass sie es insbesondere auch in der ersten Halbzeit wirklich gut gemacht haben. Dass wir ein Team sind. Dass wir wirklich mal gezeigt haben, dass wir uns auch mal gegenseitig in den Arsch aufreißen. Wenn einer Fehler macht, ausbiegeln den anderen. Und das kann man eigentlich mal mitnehmen. Das wird in der Landesliga ganz wichtig sein. Und das Spielerische können wir ja eigentlich auch. Dann wird das schon. Habert ja meistens bloß an den kleinen Dingen, auch letzte Saison. Aber wenn wir darauf aufbauen, was wir heute in den ersten 45 Minuten gezeigt haben, muss ich sagen, können wir auf jeden Fall ebenwürdig in die Landesliga starten. Und brauchen uns vor keinem zu verstecken. Ja, das ist natürlich ein super Gefühl. Also wir haben die Nachricht ja auch erst kurzfristig bekommen. So zwei Tage davor, dass wir dann beim Profitraining mitmachen. Für mich war das halt ein Riesenerlebnis. Auch eine super Erfahrung merkt man jetzt schon nach den ersten Tagen. Also es ist noch mal schneller, noch mal härter. Es ist noch was ganz anderes als dann Jugendfußball. Und ja, es ist halt irgendwie auch so ein bisschen der Traum gewesen, dass man endlich mal mit den Profis mittrainieren darf. Von daher bin ich wirklich sehr glücklich darüber und genieße jetzt einfach nur die Zeit. Ja, bei mir ist das genauso. Also ich war ja auch schon jetzt öfters letztes Jahr unter dem alten Trainer noch bei den Profis. War ja auch im Trainingslager und war auch einmal im Kader. Aber es ist einfach immer eine schöne, was schön ist einfach dabei zu sein bei den Profis. Es ist immer eine neue Erfahrung. Man kann viel lernen von den Spielern und die unterstützen einen auch in allen Belängen. Und es ist einfach immer super hier zu sein und es macht einfach total Spaß. Und es ist einfach schön, dass man auch immer noch viel lernen kann. Und hoffentlich dann eines Tages den Sprung schafft. Der Trainer, der Trainer, der war... Ich glaube, der wusste auch selber gar nicht, was er sagen sollte. Er ist in der Kabine reingekommen. Der war, glaube ich, noch nervöser als wir. Der ist immer so ein bisschen ineinander so. Der zieht sich immer zu sich zurück so ein bisschen. Der ist immer so eine stumme Freude. Aber eigentlich ist er schon stolz auf uns. Man hat es auch gemerkt. In der Kabine ist reingekommen, hatte ein Grinsen bis hinter beide Ohren. Und ich glaube, er hat selber nicht gedacht, dass es so abläuft in der ersten Halbzeit. Und ich glaube, wir haben auch gezeigt, das war nicht wie letzte Saison auch richtig stark als Team. Wir haben eine Menge neue Leute bekommen, auch junge Spieler. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir die langsam etablieren in unser Team, einführen. Und dann funktioniert es, dass man immer auf jeden Fall Ersatzleute hat. Ja, natürlich. Hertha bietet ja eine Perspektive nach oben. Und ich denke, da haben wir immer eine Chance, wenn wir uns zeigen, dass wir auch immer wieder mittrainieren können oben. Oder wenn wir uns jetzt in den paar Tagen gut zeigen, dass wir da auch vielleicht der ein oder andere mit ins Trainingslager fahren kann. Ja, und wir wollen uns jetzt einfach alle zeigen in den paar Tagen hier. Und dann hoffen wir, dass es klappt, eines Tages den Sprung zu schaffen. Oder auch jetzt in dieser Saison mal wieder weiter oben rein zu schnuppern.